Hallo! Hast du gewusst, dass im Meer Tiere leben, die ihren Magen ausstülpen können? Der Seestern zum Beispiel verdaut so Beute, die nicht in seinen Mund passt. Und Seegurken entledigen sich ihres Verdauungssystems, um von Räubern verschont zu werden. Es wächst später nach. In diesem Video geht es um die faszinierenden Stachelhäute. Du wirst besondere Merkmale, Lebensräume und die Lebensweise von Seesternen, Seeigeln und Seegurken kennenlernen. Und die ökologische Bedeutung, die diese Tiere haben. Stachelhäuter sind fünf strahlig, symmetrische, wirbellose Tiere. Sie besitzen keine Wirbelsäule, sondern ein Kalkskelett. Das heißt, in der Haut sind Kalkplatten eingelagert. Da auf diesem Skelett teilweise Stacheln sitzen, heißen sie Stachelhäuter. Ein besonderes Merkmal ist das Wassergefäßsystem. Über Siebplatten dringt Wasser durch Kanäle bis zu den Saugfüßchen. Dadurch werden diese quasi zu Saugnäpfen. Stachelhäuter können sich so nicht nur fortbewegen, sondern sogar senkrechte Strukturen erklimmen. Vielleicht hast du im Urlaub schon einmal Bekanntschaft mit einem Seeigel gemacht. Oder einer ganzen Gruppe auf einem Felsen am Meeresboden. Diese halbkugeligen Tiere haben bewegliche Stacheln und ihren Mund auf der Unterseite. Hier siehst du den Darm, den After, das Nervensystem und die Kiemen. Zwischen den Stacheln sitzen die Saugfüßchen, in denen die Kanäle der Siebplatten enden. Die schützende Schale der Seeigel besteht aus verwachsenen Kalkplatten. Fünf dieser Platten bilden rund um den Mund einen Kiefer, der Algen abgrast. Die Mundseite ist immer dem Untergrund zugewandt, sodass die Stacheln nach außen alle Fressfeinde abwehren. Zu diesen zählen vor allem Krebse, Fische und Seevögel. Weniger gefährlich munten die Seesterne an. Viele Arten haben fünf Arme, manche aber auch über 40. Die Kalkplatten in der Haut sind nicht miteinander verwachsen. Somit sind sie beweglicher als Seeigel. Schauen wir uns einmal den Querschnitt durch einen Arm an. Auch Seesterne haben Saugfüßchen, die über Kanäle zu den Siebplatten führen und der Fortbewegung dienen. Allerdings nutzen sie manche räuberischen Arten auch dazu, um Muscheln zu öffnen. Einige jagen sogar andere Seesterne. Bei Verletzung wachsen die Arme nach, die alle gleich aufgebaut sind. Hier siehst du die Magenhöhle, den Darm, das Nervensystem, die dem Meeresboden zugewandte Mundöffnung und den nach oben gerichteten After. Unser letzter Vertreter aus dem Reich der Stachelhäuter ist die weniger bekannte Seegurke. Sie hat tatsächlich die zylindrische Form einer Gurke. Innerlich sind sie wie die anderen Stachelhäuter-Vertreter fünfstrahlig. Ihre Organe sind fünffach vorhanden. Ihre Haut ist jedoch ledrig und hat nur stark zurückgebildete Kalkplatten ohne Stacheln. Die Saugfüßchen sind in fünf Reihen rund um den Mund angeordnet und dienen als fingerförmige Tentakeln der Nahrungsaufnahme. Um Feinde abzuwehren, stoßen sie klebrige weiße Fäden aus ihrem After. Alle diese Tiere nehmen eine bedeutende ökologische Rolle im Meer ein. Sie sind die Abfallbeseitiger und Verwerter von Pflanzenteilen und organischem Material. Außerdem sorgen sie als Räuber dafür, dass kleine Tiere nicht zu zahlreich werden. Da viele Arten den Boden durchgraben, wird dieser aufgelockert. Seegurken verändern ähnlich wie Regenwürmer an Land den Meeresboden, indem sie große Mengen schlucken und reinigen. Außerdem ist ihr Körper Lebensraum für andere Tiere, wie zum Beispiel kleine Würmer. Korallenriffe werden indirekt durch Seesterne geschützt, indem diese sie von Algen befreien. Fassen wir noch einmal zusammen. Stachelhäuter haben einen 5-strahlig-symmetrischen Aufbau. Sie haben ein Kalkskelett und Saugfüßchen, die über Kanäle und Siebplatten mit Wasser versorgt werden und der Fortbewegung dienen. Unterscheiden kannst du die halbkugelförmigen Seeigel, die meist 5-strahligen Seesterne und die zylindrischen Seegurken. Bei den Seeigeln sind die Kalkplatten zu einem Skelett verwachsen, während sie bei den Seesternen getrennt und bei Seegurken zurückgebildet sind. Alle Tiere leben auf dem Meeresboden oder graben sich in diesen ein. Stachelhäuter übernehmen ökologisch die Rolle der Abfallbeseitiger und Bodenaufbreiter, indem sie organisches Material wie Pflanzenreste entfernen und den Boden durchgraben. Ich hoffe, du hast viel Neues gelernt über die faszinierende Welt der so verschiedenen Stachelhäuter. Übrigens, manche Seesterne und Seegurken werden bis zu einem Meter lang. Tschüss und bis zum nächsten Mal!